Bevor es losgeht, vielen Dank an alle Spender der jüngsten Vergangenheit und Unterstützer von Mainkirchhain, die diesen unentgeltlich entstandenen Filmbeitrag für euch mit ermöglicht haben. Mehr dazu in der Videobeschreibung und Film ab! Liedos, gehen wir so. Also jetzt kommt so eine ganz, ganz kleine Formation hier an der Schule. Unsere wunder, wunder, wunderbare Konzertband unter der Leitung von so ziemlich fast allen Kollegen, den Herrn Kamer, der Frau Klinger und dem Herrn Flatschi. Und ja, Sie sind noch zu haben, nein, nicht die Lehrkräfte, sondern die Konzertband. Sie spielt auch in Ihrem Garten sehr gerne. Wir können auch Schlager auf Wunsch. Der Steffen, der Steffen zeigt mir gerade, dass er Geld sehen möchte. Nein, wir spielen für ein Getränk und eine warme Mahlzeit. Viel Verunterhaltung mit unserer wundervollen Konzertband. Ja, an dieser Stelle möchte ich ganz, ganz herzlich danken, erstens der Kirchengemeinde, vor allem der Familie Kuhhaupt für die tolle Organisation, Kooperation und vor allem der wunderbaren Technik-AG unserer Schule, die gestern hier aufgebaut haben und für einen tollen Sound sorgen. Dankeschön. Hallo, wir sind die Konzertband und wir begrüßen Sie herzlich. Das Stück Down Under wurde geschrieben von Timothy Travis, der zunächst abgelegen in Australien lebte. Die Freundlichkeit der Menschen, die Begegnung mit der Tierwelt und die Vielfalt der Natur inspirierten den Komponisten zu dem Stück Down Under. Vor kurzem hatten wir ja die Australier, also die Symphonic Wind Band bei uns und danach fuhren sie nach Wien in Österreich und darauf dann nach Montreux in Frankreich. Morgen werden sie wieder nach Australien zurückfliegen. Wir wünschen Ihnen jetzt ganz viel Spaß bei dem Stück Down Under. Vielen Dank. Applaus Musik 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 Jetzt spielen wir Shape of Youth and Echira Es wurde am 6. Januar 2017 herausgebracht, stand aus seinem dritten Album. Es ist das erfolgreichste Lied von ihm. Applaus Musik 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 Das ist immer so bei uns. Die Kinder gucken immer so runter, wenn wir sagen, und wer macht die Ansage für Disney Favorites? Und dann gucken alle runter und dann haben diesmal die Schüler gesagt, sie suchen immer einfach jemanden von uns aus, jetzt suchen wir sie aus. Musik Deshalb habe ich die Ansage für Disney Film Favorites, das spielen wir für Sie, das ist unser neuestes Stück, das ist die fast Kirchein-Uraufführung, ist die Kirchein-Uraufführung, wir haben es einmal schon gespielt, da hat es auch geklappt. Musik Den besten Schwank erzähle ich noch kurz vor Schluss, warten wir ab. Ja, wir machen ja immer ein Proben-Wochenende mit der Konzertband in Biedenkopf und proben, proben, proben den ganzen Tag und dann sind wir, egal wie die Temperaturen sind, abends am Lagerfeuer zu finden und den nächsten Tag proben wir wieder und dann holen die Eltern ihre Söhne und Töchter ab und dann spielen wir einmal das einstudierte Programm vor und das war diesmal als neues Stück Shape of You und jetzt die Disney Film Favorites. Viel Vergnügen! Applaus 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 Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Als nächstes spielen wir das Lied Jurassic Park von John William. Die meisten kennen es aus dem Film Jurassic Park und wir wünschen Ihnen viel Spaß. Untertitelung. BR 2018 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 Vielen Dank. Vielen Dank.